Mein Arbeitgeber ist Inyo Jernbacher und wir machen innovative Energielösungen für die Stromproduktion und bieten auch Services dann über den gesamten Lebenszyklus und digitale Produkte dafür an. Mein Arbeitgeber ist Inyo Jernbacher und wir stellen nachhaltige Energielösungen her. Meine Aufgaben sind eigentlich hauptsächlich der Motorbau und wir übergeben den Motor in eine andere Abteilung und da wird dann das Aggregat aufgebaut. Wir leiten den operativen Einkauf. Wir arbeiten da sehr eng mit den strategischen Einkäufern, der Qualitätsabteilung und der Materialplanung zusammen. Meine Position ist eben die Leitung des technischen Service, das heißt ich bin im Service angesiedelt und mein Bereich und mein Team kümmern sich um verschiedene Aufgaben, zum Beispiel um die Entwicklung von Upgrades für unsere Energielösungen. Meine Position ist Lead Engineer in der mechanischen Entwicklung und bin dort vor zur Front bei Neuentwicklungen und weiteren Entwicklungen unserer Anlagen. Unser Standort hat den Vorteil, wir haben eine sehr gute Zuganbindung. Es gibt sehr viele Mitarbeitervorteile. Es gibt Sportangebote, wo man sich auch nach der Arbeit treffen kann. Ich erwähne da immer gerne unsere Kantine. Die ist wirklich sensationell. Da gibt es jeden Mittag vier, fünf verschiedene Gerichte zu einem sehr fairen Preis. Mitarbeitervorteil noch ist das Homeoffice. Also wir bieten Homeoffice an für die Mitarbeiter, Remote Work. Prinzipiell gibt es bei uns zwei Karrierepfahre. Einmal den tiefstechnischen und dann mehr Richtung den Manager, organisatorisches. Eine Lehre bei Jemmoch ist sehr zu empfehlen, denn man hat sehr viele Möglichkeiten. Am besten ist jetzt eigentlich die Lehre mit Matura. Die ist im Werk selber. Das letzte Training, das ich selber besucht habe, das heißt In-Your Talent Development Journey. Und der Fokus vom Training war, dass man seine Führungskompetenzen und Projektmanagementkompetenzen weiter ausbaut. In-Your Enbacher steht für eine gute Lehre, Innovation, Nachhaltigkeit. In-Your Enbacher steht in erster Linie für mich als Ingenieur für Innovation, Mut, Neues auszuprobieren und Energielösungen anzubieten für den jeweiligen Kunden, also kundenspezifisch. Wir reduzieren Emissionen, wir reduzieren CO2 und mit dem identifizieren uns wir natürlich sehr stark. Und wir schauen auch, dass Dinge umgesetzt werden und wir nicht nur darüber sprechen.